Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sirius Sam The Second Encounter. So hier müsste es gleich... jawohl. Kriege ich das Ding? Jupp. Okay. So das hat sogar gereicht für den Geheimort. Ja ist zu. Brauche ich ja eigentlich nicht. So aber das hat es nicht glaube ich. Aber da haben wir jetzt sieben Stück. Cool cool. Das war das. Ja da hat noch einer getroffen. Schade. Hab ich schon gesagt. Die ist halt ein bisschen langsam die doppelläufige. Brauchst ein bisschen umdrehen ne? Ja es ist halt ungünstig. Oh schon der Sniper auch voll. Sehr schön. So das Wohngebiet. Ähm. Rechts ist irgendwie was. Okay Sam ist ja nicht schlecht. Für uns liegt kein Wohngebiet. Da haben früher echte Menschen gewohnt. Wir sind jetzt ganz in der Nähe von der Tor von Persepolis. Aber es gibt doch genug zu tun. Ja wahrscheinlich. Dann reagieren wir die Waffer. Ähm. Naja. So. Irgendwo müsste jetzt ein Busch sein. Busch, Busch, Busch. Da hinten ist was. Jupp. Hat er so nicht reingeladen. Alles klar. Und der ist auch noch Munition. So. Mal gucken ob hier noch irgendwas spawnt. Weiß ich grad die Kanonen kugeln hab ich auch voll. Praktisch. Schöp. Was ist das? Mal gucken. Schöp. Was ist das? Biss. Biss. Fertig. Biss. Biss. Ah, der ist jetzt schon wieder aufgehört. Der hätte ruhig ein bisschen länger laufen können. Das wäre schon praktisch gewesen, aber gut. Passt, passt, passt. Dann mal wieder zurück. Moment, gerade mal weiter scrollen. Obwohl, ich warte mal noch ein bisschen, so wirklich viel Munition, aber dafür ja nicht. Ach, das macht nur die Hälfte. So geht's auch. Alles klar. So, schon mal wieder mal eine Munition. Wo ist der Große? Da oben. Ah, fuck das. Das ist doch immer noch. Ah, der wird wahrscheinlich dahinter sein. Ich dachte, wenn wir das mal holen, dann können wir mit dem Messer drauf gehen. Aber der ist noch außer Reichweite, wie es aussieht. Dafür wird, glaube ich, jetzt hier alles erledigt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Na? Wir brauchen aber noch was. In Ordnung. Na, hallo? Ich kann noch ein paar von euch übersehen. Ah, hier rein schätze ich. Wieso seid ihr jetzt schon wieder gespawnt? Vor allem wo? Ah, das kommt da drauf. Interessant. Na, durft das noch nicht mal. Wir haben auch so, um zu machen. Danke. Ah, das ist schon wieder. Ah, Mann. Wir weg doch ja noch zu viel. Zoom. Da macht das Luft, ja. So, jetzt war gut hier. Oh, noch einer. Nice, Nummer 2. Ja, ich war immer so, dass wir das gegen euch. Das ist alles nur suboptimal. Gut, Munition. Ja, da wäre noch Speed, brauche ich es aber auch nicht unbedingt. Von wo bitte? Da. Geht doch. So, dann ziehen wir gleich nochmal 2. Nun, dann sollte das hier auch nochmal aufgehen. Jetzt kommt ja. Oha. Ja, das war keine gute Idee. Das war super. So, ich muss mal gucken, ob das gezählt hat. Ich glaube, wir müssen komplett... Ah ja, doch. Ja, okay. Gut. Fast einmal anschießen und dann den Todesstoß versetzen. Passt. Müssen wir heute noch ein paar Mal machen. So. 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 So, einfach mal wieder markieren. Und tschüss. Die anderen haben wir aber, oder? Ah, ein Wrench. Nein! Die müssen ich bitte bleiben. Danke sehr. Ja, ja, ich weiß. Ihr seid ja auch noch da. Da drin war aber, glaube ich, noch lieb. Wenn mich nicht alles täuscht, ob es eine Rüstung... Ja. Rauche ich jetzt wieder. Danke schön. Ihr seid wahrscheinlich da hinten dran, ne? Gut, Raketen voll. Sehr schön. Oh. Der ausbohrt halt einfach. So, nochmal wegen der Erfolge. Wen sollten wir mit dem Messer erledigen? Da haben wir noch einiges zu tun. Hm. Hm. Das ist mir fast die Hälfte. Das ist doch schon mal was. Mordecai. Wer ist denn Mordecai? Mordecai? Wisch mal irgendein Boss sein? Mordecai. 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 Zwei Ante. Jede. Es Luft sein. Mordecai. 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 Also ich kenne einfach nur noch eine Rüstung, Ja, nach wie vor nerv ich, dass halt diese Türen nicht aufbleiben, wenn wir durchgehen. Ich will erstmal durchgucken, bevor ich durchlaufe. Mhm. Dann ist hier wahrscheinlich zu. Jo. So, noch ein Wohngebiet und verschlossene Türen. Alles klar. Links, dann rechts. Steil anfassen. Okay. Schön, schön, schön. Gut, fangen wir rechts an. Ich habe immer noch kein Schnellfeuer gewährt, nimmerweise. Schnell fahren wir einfach weg. Okay. So, bitteschön. Und erlaubt sich die Energie auch direkt wieder. Gut, wo haben wir jetzt das Secret? Eines der Fenster wäre anders. Hm. Ah, hier oben. Okay. Das da. Yep. Da haben wir was erledigt. Da haben wir was erledigt. Sehr schön. Das geheime Geboxe. So, die können auch mal weg. Ja, dann schauen wir in der nächsten Folge einfach mal, was uns hier noch so erwarten mag. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Outro